78,378.3 Ganz kritisch schaut auch seine Trainer, der Chemsky, den wir noch einmal begrüßen. So, bei der Face-to-Face, WBO, internationale Meisterschaft im Halbfjörgewicht. Im Halbfjörgewicht boxte auch ein Mann, den wir hier als Gast heute Abend begrüßen Ex-Europameister Thomas Rührig. Herzlich Willkommen! Auf die Seite nochmal, bitte! So, danke schön! Beide müssten noch die Unterschrift lassen.